Der Juni steht vor der Tür und deswegen müssen wir natürlich mal drüber schauen, was erwartet uns denn so filmtechnisch im Kino im kommenden Monat. Und klar, Juni ein Sommermonat bzw. der kalendarische Sommer fängt dann zumindest an, ist aber auch immer manchmal so ein bisschen Sommerloch. Das spürt man auch, dass vor allem eher größere Filme starten und dann nicht ganz so viele. Aber gehen wir wie immer die einzelnen Kinostart-Donnerstage durch. Beginnen wir direkt mit dem 1. Juni, ist nicht nur Kindertag, sondern erster Kinostart-Donnerstag. Und da hätten wir mit The Boogeyman direkt einen Horrorfilm, der ursprünglich direkt als Streamer auf Hulu veröffentlicht werden sollte, in den USA dann aber bei Testscreening so gut ankam, dass er seinen Weg in die Kinos findet. Und auch ich war ehrlicherweise überrascht und erzählt die Geschichte von den Harpers, bei dem die Ehefrau bzw. die Mutter verstorben ist, Assistant Sadie und ihre kleine Schwester Sawyer vor allem und der Vater der Psychotherapeutis in seiner Praxis im eigenen Familienhaus hat. Als eines Tages plötzlich ein Mann auftaucht, der von dem Tod von zwei seiner Kinder redet und die anscheinend völlig unabhängig voneinander von einem Wesen, der irgendetwas berichtet haben. Und als dieser Mann auf seine eigene Art und Weise dieses Haus verlässt, bleibt anscheinend etwas Böses zurück. Das ist The Boogeyman und tatsächlich ein Film, der mich, wenn Rewiselt schon schon online, hier und da richtig gut gekriegt und erschrocken hat. Dann ebenfalls ab dem 1. Juni freue ich mich wahnsinnig drauf, Spider-Man Across the Spider-Verse. Der erste Teil war großartig von der Animation, hat den Oscar gewonnen damals, hatte einfach rund um Miles Morales, der in Brooklyn lebt und das Leben als Spider-Man kennenlernt, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, so viel Energie, frische, kreative Kraft in so einem Comic-Look inne, dass ich mich jetzt hier auf die Fortsetzung freue. Inzwischen weiß Miles Morales um seine Kräfte, aber das Multiversum wurde er auch entdeckt und das gilt es zu beschützen. Und gemeinsam mit Gwen geht es eben darum, dieses Multiversum vor einem Bösewicht zu retten. Nur andere Spider-People, von denen es anscheinend nicht bloß ein paar gibt, sondern Dutzend oder gar Hunderte, mit denen kann man sich nicht so richtig einigen, was ist der richtige Weg dazu. Und so werden aus Gwen und aus Miles anscheinend selbst auch Gejagte. Ich freue mich sehr drauf, was Spider-Man Across the Spider-Verse dann kann. Und ebenfalls ab dem 1. Juni noch ein Horrorfilm, nämlich Ty West's Pearl. Der Film ist das Prequel zu X, der weltweit für relativ viel Furore gesorgt hat. Und mit Maxine wird es dann auch noch einen dritten Teil geben, der diese Trilogie abschließt. Aber Pearl ist jetzt ganz, ich glaube 50 oder 60 Jahre vor X angesiedelt und erzählt die Geschichte der alten Frau, die in X durchaus blutrünstig ist. Genauer gesagt 1918 auf einer texanischen Farm lebt Pearl als junge Frau, Tochter, fast noch Mädchen und Teil einer Zuwandererfamilie aus Deutschland. Und ihr Ehemann befindet sich im Ersten Weltkrieg. Der Vater ist an den Rollstuhl gefesselt und sie selbst hat bestimmte, vielleicht ungewöhnliche sexuelle Gelüste, um den ewigen Traum eines Tages bekannt und berühmt zu werden. Was sie besonders merkt, wenn sie sich in einem Kinosaal wiederfindet. Daraus entpuppt sich dann eine mit sehr hochgezogenen Technicolorfarben, der aussieht, als wäre er aus den 50er oder 60er Jahren mit verschiedensten Elementen, die sehr perfide auch teilweise daherkommen, sodass Pearl für alle, die X sehr mochten, definitiv interessant sein wird. Schauen wir eine Woche später, 8. Juni, Transformers kommt zurück mit einem siebten Teil. Aufstieg der Bestien führt uns nach New York und zwar ins Jahr 1994. Und in dem alten Konflikt zwischen Autobots und Decepticons und die einen, angeführt von Optimus Prime, gibt es diesmal noch weitere, die dazukommen, nämlich unter anderem die Predicons, die Maximals und die Terrorcons. Das sind teilweise Wesen aus dem All, teilweise Wesen aus der Urzeit. Und mittendrin befindet sich dann noch Noah, der in Brooklyn aufwächst und eine Archäologin namens Elena. Das dürfte also die nächste Material-CGI-Schlacht auf der Leinwand werden. Ich bin mal gespannt. Mit Bumblebee zuletzt hatte ich wieder das Gefühl, dass die Reihe ein bisschen mehr Herz bekommen hat. Aber die Filme davor waren teilweise so schwierig zu ertragen auf der Leinwand, dass ich hoffe, dass die Luft nach oben hier auch genutzt wird. Und ab dem 8. Juni startet noch The Adults mit Michael Serra unter anderem in der Hauptrolle, aber auch Sophia Lillis dabei. Und Serra spielt hier Eric, der zu seiner Heimat mal zurückfährt für eine kleine Stüppvisite. Aber daraus wird eine längere Zeit. Zum einen in der Poker-Runde von früher will er beweisen, dass er immer noch der Beste ist. Aber vor allem die Bindung zu seiner großen Schwester, die sehr schwierig ist, versucht er dann doch wieder aufzubauen. Vor allem ist es aber seine kleine Schwester, die immer noch an diese alte, gute Zeit zurückdenkt. Und dabei vergisst es aber, dass inzwischen Eric, aber auch seine große Schwester erwachsen sind und das Leben der Vergangenheit sich nun mal nicht so ohne weiteres in die Gegenwart integrieren lässt. Also quasi ein Film über das Erwachsenwerden und über die Konflikte. Eine Woche später dann, ab dem 15. Juni, hätten wir den neuen Wes Anderson-Film, der in Cannes Premiere gefeiert hat, nämlich Asteroid City. Sieht schon wieder super skurril aus, ewig lange bekannte Castliste und spielt in den USA in den 50er Jahren an einem Ort, an dem vor tausend von Jahren ein Asteroid abgestürzt ist. Und dort befindet sich heute Asteroid City. Und dort findet ein Kongress, nämlich der Junior Stargazer Kongress statt. Und dahin fahren Schulen, dahin fahren Familien, dahin fährt aber auch das Militär oder auch Astronomen. Und dann plötzlich vor Ort aber, während dieses Kongresses, gibt es Kontakt zu einem Außerirdischen. Und das Militär beschließt, aus diesem Bereich eine Sperrzone zu machen. Und in Wes Anderson typischer Manier diese komplette Farbpalette, die immer wieder so cool aussieht, wie man den Trailer schon sehen kann, merkwürdig agierende Figuren, Personen, sodass man gespannt sein kann, was Asteroid City wieder sein wird, aber auf jeden Fall künstlerisch auf der Leinwand. Ebenfalls am 15. Juni hätten wir da mit The Flash, das Kapitel aus dem DC Extended Universe noch, rund um Barry Allen. Der ist inzwischen Kriminalermittler in Central City, Teil der Justice League. Aber seine Fähigkeiten, durch Raum und Zeit auch reisen zu können mit seiner Geschwindigkeit, nutzt er, um in die Vergangenheit zurückzukehren, um den Tod seiner Mutter zu verhindern und die Unschuld seines Vaters zu beweisen. Aber dabei verändert er Dinge, sodass er dann in einer Welt landet, in der General Resort die Welt zerstört und die Justice League so nicht existiert. Es gibt einen Batman, einen anderen, den er kennt, anscheinend Supergirl, aber vor allem eben nichts, was man General Resort so wirklich entgegenstellen kann, basiert lose dann anscheinend auf der Comic-Plotline von Flashpoint. Und ich mag die Trailer, bin dementsprechend gespannt. So, dann noch eine Woche später, am 22. Juni, hätten wir den neuen Pixar-Film Elemental. Auf den bin ich sehr gespannt, der das Cannes Film Festival dieses Jahr abgeschlossen hat und erzählt die Geschichte von Ember und Wade. Die leben beide in Element City. Ember ist ein Feuerelement, Wade ist ein Wasserelement und natürlich gibt es auch noch Luftelemente, genauso wie Erdelemente. Und es gibt im Grunde eine Regel in Element City, man vermischt die Elemente nicht miteinander. Aber beide lernen sich kennen und tauchen in den verschiedenen Welten ab. Und im Grunde ist es dann eine Geschichte über Wartung der Eltern, Emanzipation, Dinge zu hinterfragen und kennenzulernen. Es hat immer was sehr Schönes, finde ich, wenn man entdeckt und diese Neugier in sich hat und sich fragt, warum können Wasser und Feuer nicht auch zusammen existieren. Das ist Elemental und sieht schon so wahnsinnig kreativ aus in den Trailern. Halt, ein Pixar-Film. Und ebenfalls ab dem 22. Juni geht es mit No Hard Feelings noch einen neuen Film mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle. Die spielt hier eine Uber-Fahrerin namens Maddie, die im Grunde bangrott ist, ihr Ex-Freund, der auch noch Abschleppfahrer ist, fändet ihr Auto. Sie hatte kein Geld, sie droht das Elternhaus zu verlieren und stößt dann aber auf eine Jobanzeige, in der sie im Grunde ein Auto bekommen kann, wenn sie ein Date eingeht. Das sind nämlich zwei Helikoptereltern, die versuchen, ihren Sohn zu vermitteln, bevor der nach Princeton an die Uni geht und dann mit der Ersterfahrung mit Frauen hat. Und so ist Maddie im Grunde angeheuert, ihm ein wenig näher zu kommen, versucht nach allen Künsten, die ihn zu verführen. Und das gelingt, Percy heißt er, Maddie aber gar nicht so einfach. Und das ist dann No Hard Feelings. Mal gucken, ob der was kann. Und dann schließen wir den Juni noch ab. Ab dem 29. Juni hätten wir natürlich mit Indiana Jones und das Rat des Schicksals den neuen Indiana Jones Film. Da werden sich viele Fans drauf freuen. Geht ins Jahr 1969. Es geht in die Zeit des Kalten Krieges, das Wetterrennen der Sowjetunion und der USA um die Landung auf dem Mond. Aber auch die USA, die sich entscheiden, mit Nazis teilweise dafür zusammenzuarbeiten, um bei dem Mondlandungsprojekt Know-how zu erlangen. Und mittendrin eben Indie, der dann doch nochmal zu Hut und Peitsche vielleicht greift. Schauen wir mal, was der kann. Ich bin eben ehrlicherweise ein bisschen skeptisch. Dann hätten wir mit Get Up ab dem 29. Juni noch einen Film mit Lisa und Lena, den Hauptrollen, die bekannten Zwillinge. Die spielen hier eben zwei Zwillinge, während die eine nämlich Juli heißt. Und bei der alles super klappt und alles geplant ist fürs Leben, ist bei der anderen Alex nicht alles ganz so einfach. Im Abi ist sie durchgefallen. Und im Grunde freut die sich nur auf ihr Hobby Skaten im Sommer. Es gibt einen großen Skate-Contest mit Freunden, aber der wird im Grunde das Zwillingsdasein, aber vor allem die Freundschaft dieser beiden, die sie auch verbindet, auf die Probe stellen. Klingt eher so ein bisschen seicht von der Storyline. Und zu guter Letzt noch ein Animationsfilm, nämlich Ruby taucht ab. Ein Film von DreamWorks, in dem es um die Teenagerin Ruby geht, die in einer Stadt am Meer in Florida lebt und ihre Familie, mit der kommt sie nicht so gut klar, wie eben Teenager sind. Denen ist immer alles peinlich, was die Eltern da so machen. Aber es gibt schon eine Besonderheit bei Ruby in der Familie, denn sie stammt von Seemonstern ab und deswegen darf sie auch nicht ins Wasser. Sie darf mit Freunden nicht am Strand liegen. Sie hat es an der Oceanside High School ziemlich schwer, aber sie ist auch neugierig und dementsprechend wird es dann doch zu Enthüllungen kommen. Und wie man dann damit umgeht, ist die Frage. Das ist Ruby taucht ab. Und da hätten wir neben Elemente noch einen Animationsfilm, wo ich gespannt bin, was der kann. Und damit war das der kurze kleine Ritt durch den Juno, die Kinostart Donnerstage, eher tendenziell größere Filme und dafür nicht ganz so viele. Und ich hoffe, da ist was dabei, wo ihr sagt, oh, finde ich eigentlich ganz spannend, wäre wie immer das Sinnvollste an diesem Video. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino. Willkommen zum Kino